Okay, also die muss gleich sein. Ups, die hat behindert gesagt, oh mein Gott. Ah, okay, die Hinterräder waren nicht richtig. Cool. Siehste? Fahr nicht zu schnell, weil, äh, ich könnte das immer gut irgendwo gegenfahren und dann durch die Gegend fliegen oder so. Das war... Das war mein Ziel. Das sieht so dumm aus, wie du da drauf sitzt. Lässt du mich wohl... Nein! Moment mal. Also bin ich jetzt hier im Inventar. Ohohohohohohohohoho. Na, was? Was lachst denn so dreckig? Wie gesagt, äh... Man kann ganz viel damit machen. Ja. Ja, die sind gut. Da hab ich auch ganz viel rumgespielt. Oh Gott! Weißt du was? Wie geil! Wie geil das aussieht! Wie geil das aussieht! Wie kann ich das jetzt wieder richtig drehen? Wie cool! Kann ich das überhaupt wieder richtig drehen? Nee! Gut! Wie gut! Das hättest du mal aus meiner Sicht zählen müssen. Ich kann mir das schon vorstellen wie das aussieht. Mal gucken ob es irgendwie einen stärkeren Motor gibt. Das muss doch irgendwie... Oh! Ach ne! Ich glaube... Huch! Nein! Nein! Ein Auto mit fester Leistung und einstellare Geschwindigkeit. Nein! Alter Vater! Alter! Kann man hier viel machen! Ja! Ja! Geil! Es gibt hier... Okay, ich muss kurz nochmal mein gesamtes Auto neu bauen. Und du so? Äh, ich baue hier erstmal die Kacke ab, die ich hier aufgebaut habe. Ich habe gerade so viele Flashbacks, was ich damals so für Scheiße gebaut habe hier mit jemandem bestimmten. In dem Spiel, das war einfach nur Kacke... Einfach nur... Das war einfach nur... Das hätte man auch eigentlich aufnehmen müssen, ey. Das war einfach nur so zum Wegschmeißen, ey. Ich sehe schon, komm, das wird einfach nur der Autosimulator, Philipp Stein. Vor allem, du hast ja auch Klopapier und Enten und sowas im Inventar, ne? Echt jetzt? Wie geil ist das denn bitte? Enten? Ja, so Quietscheenten. Jedenfalls war das so damals so. Und ich habe einfach... Ich habe einfach nur ein ganzes... Bei ihm ein Haus... Das ganze Haus nur mit Klopapier. Du kannst das sogar an die Decke packen. Das machst du bei mir nicht. Das ganze Haus von Klopapier und Quietscheenten. Das war so witzig. Wie gesagt, wenn ich bei mir Klopapier entdecke... Dann, äh, Tine, dann haben wir hier Stress. Ach, guck mal, ein Zeichenwerkzeug. Verschönere deine Konstruktion mit Farbe, um sie individuell zu gestalten. Oder schaffe einfach Kunst. Mit anderen Worten, mal einen Penis. Bitte was? Was? Daran habe ich gar nicht gedacht, danke dafür. Bitteschön. Ja. Immer noch gerne. Du weißt nicht, wie dein Haus aussieht. Damit ich damit fertig bin. Ja, genau. Ich brauche gleich zu sagen. Das mache ich dann nicht. Aber das Malwerkzeug, das gab es noch nicht. So. Mit der linken Maustaste kannst du Farbe auftragen und mit der rechten wieder entfernen. Drücke Q, um die Farbe auszuwählen. Halte einfach die linke Maustaste zurück und ziehe sie, um größere Flächen auszufüllen. Schweißwerkzeug. Das ist auch neu. Schweiße deine Konstruktion zusammen. Wähle das Schweißgerät aus, klicke mit der linken Maustaste. Heieiei. Und du baust ja schön im Hintergrund, wenn ich das Inventar... Ja, mit Offroad-Aufhängung. Fenster gibt es jetzt auch. Okay, da muss vorher ein Block zwischen und dann kann ich die Lenkung... Puh! Scheiße. Du bist... Du bist produktiv und ich mache hier ja nix. Ich bin grad neu im Spiel, ich muss hier was machen. Ähm... Wo wollen wir denn überhaupt bauen? Wollen wir hier bauen? Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt mit der Base? Dass wir hier eine Base haben, keine Ahnung, als Maisfarmer oder sowas. Und dann halt als... Äh... Und dann halt noch woanders. Einzelne Häuser. Also ein Großes oder was? Ein Großes gemeinsam und halt noch einzelne... Einzelne. Einzelne, Einzelne. Okay, ich fang mal an. Ähm... Nicht? Das Ding ist mir gerade von der Plattform gekippt. Ja, da musst du aufpassen. Habe ich das nicht erwähnt? Entschuldigung. Nee, nee, eventuell hast du das nicht. Ja, ähm, du musst aufpassen, ne? Das darf nicht so... So... Seitenlastig werden, sonst gibt's runter. Wollte ich so gesagt haben. Oh, danke, danke für die Warnung. Das wusste ich gar nicht. Schön. So... Das ist meine Baukünste hier, weil ich kann das ja so gut. Zack. Ach ne, scheiße, muss ja jetzt weiter runter sein. Zack. Und zack. So... Hier auch. Bin ganz sehr fasziniert von dem Spiel. Oh. Ja, Baukünste, ne? Alles ist total symmetrisch hier, nicht? Zack, 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 zack. Ähm. Oh, nicht schon wieder. Oh. Läuft bei dir. Total. Eins, zwei... Zwei, drei, vier, fünf, sechs... Oh, scheiße. Sieben, acht... Oh, scheiße. Zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf... Oh Gott, scheiß drauf. Was wollen wir wetten, dass dieses Ding hier nicht wirklich gut fährt? Kommt aus dem Hintergrund angewatscht. Hm. Ja. Vor allem, weil ich ne scheiß Bühne brauche, um da hoch zu gehen. Ha, 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 ha! He, 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 he. Ha, 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 ha! Ah, ich is... Das hab ich mein Worte nebenan die so klein gefühlt. Ich weiß, es ist grundsatz, dass ich ne Treppe habe. Wie geil. Scheiße. Ha, 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 ha. Ha, ha! dran baust glaube ich funktioniert das irgendwie aber nicht lange ja wer sagt dann dass ich da keinen schubantrieb dran baue und dann nicht wieder fünf ja boah da ist ja mal sechs motoren drauf fünf es sind fünf wo ist der sechste es sind doch nur fünf warum baust du nicht das muss es macht keinen sinn warum nicht ach so es passen nur fünf drauf nee aber jetzt habe ich nicht alle motor mit allen rädern du hast fünf motoren für sechs räder ja merks hat ja und ich verbinde jedes rad mit jedem motor also man kann nur okay gut okay man kann pro rat nur einen motor anbringen das wäre so eine information die dafür hilfreich wäre so mach dich mal nicht über mich lust ich mach lieber selber was ich mach doch was ich lasse meine baukünste die nicht vorhanden sind spielen muss das symmetrisch sein das muss du wissen das ist viel zu dünn da muss ja immer noch ein block drumrum ich habe entdeckt was man mit kuh machen kann mit kuh kannst du den block drehen sehe ich gerade er habe ich rausgefunden aber so ein gleichschenkliger seitiger quadratischer block ich glaube ich habe ein ernsthaftes problem festgestellt ja das wäre ich bin ja ein mann ich würde eine frau sein äh ne du bist die frau aber wenn ich drauf sitze ist das ein männliches mannequin achso ja gut dann lässt du mich wohl bitte in mein auto einsteigen du hast ein problem festgestellt das wäre dass du das rad da unten 360 grad drehen kannst du das ja das muss ich mal gerade ändern wie kann man das wegdrehen so cool lässt du das das passiert da was ist hier los komm lass mal bitte ja ist schuldigung es atet wieder aus bei mir es tut mir leid ich hab auch nichts anderes erwartet bei diesem letzten Video schämlich jetzt fängt sie wieder an zu heulen war ja klar besonders diese Radstellung ist wirklich unvorteilhaft wenn beide Räder nach vorne zeigen ne ich muss erst mal zu Ende verbinden ich würde ja gerne mal von oben gucken aber ich sehe nichts ich bin zu klein die Ansicht ist scheiße das ist richtig das ist richtig das ist nicht richtig und der ist noch frei so das dreht sich richtig rum das dreht sich richtig rum das müsste doch jetzt eigentlich fahren das müsste doch jetzt eigentlich fahren ach so ok jetzt ach so ich kann sie einfach runterfahren alter Vater jetzt bin ich gespannt wow es fährt aber nicht grad schnell das kann das kann was ich auch noch sagen muss je schwerer du das Auto machst desto langsamer wird es auch also ne du kannst ja deswegen sind es ja sechs Motoren ja aber du kannst auch kein weil wir haben hier ja auch Stein oder Beton oder was das ist hier zum Bau ne ja das kannst du halt nicht benutzen oder Metall oder sowas weil wenn ich für den Autobau klar ja weil sonst ist es halt zu schwer ich wollte es nur gesagt haben für die Zuschauer da draußen für die Zuschauer da draußen so wie geht's aber nein verdammt ja warte hä das dreht sich noch falsch rum ja das dreht sich noch falsch rum jetzt drehen sie sich aber alle richtig rum das dreht sich richtig rum das dreht sich richtig rum das dreht sich richtig rum wunderbar warte mal cool so rum so macht das Sinn auch gesehen davon dass die Steuer auch noch invertiert ist ist alles gut ja ich mag das Spiel danke für den Tipp bitteschön so aber ja dann müssen natürlich Schubdüsen dran das ist ja vollkommen außer Frage okay es gibt noch Rad ein guter Rad ist teuer nein es gibt große Räder fällt mir Rad auf mir war so als wenn man die auch so ne kann man die per Werkzeug größer machen ne das war glaube ich ein anderes Spiel ich hab keine Ahnung mir war grad so aber wie gesagt ist schon ne Weile her bei mir das war ich mir war schon ich bin die